so freunde heute gibt es wieder ein kleines unboxing video ist nicht mega viel drin genau genommen nur eine einzige sache aber ich wollte dazu unbedingt ein kleines video machen ihr werdet aber auch gleich sehen warum also ich habe schon mal geöffnet eine falco amiibo figur ich habe weder eine video noch ein 3ds oder irgendwas dergleichen aber ich wollte mir diese figur unbedingt gönnen weil ich mir dachte ach falco kaufst du dir mal falco dann kann ich mir irgendwo schön hinstellen ist ein bisschen was feines so für mich selbst so zum genießen zum hinstellen ist cool design wie ich finde man sieht es ja coole pose ja ich finde es cool auf jeden fall naja das war es war schon mit dem video wie gesagt jetzt weil es hier nicht so mega viel drin bis auf ein bisschen filmmaterial aber ansonsten hatte das teil auch mal gesehen gut dann sage ich mal man sieht sich im nächsten video und bis dann haut rein und arrivederci